Hier ist Berlin, hier ist das Olympiastadion. Wir vergeben heute einen Titel. Das Finale im DFB-Pokal. RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Live für euch. Und dann ist es soweit. Wir sind am Ziel der Träume, das Berliner Olympiastadion. Wir suchen und wir werden ihn finden. Einen neuen Champion im DFB-Pokal. Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte, Ihre Kommentatoren heute. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin mir sicher, Sie werden mich umsonst eingeschalten haben. Wir schreiben ein kleines Stückchen neue deutsche Fußballgeschichte. Wer wird es am Ende werden? Wer holt sich den Pokal? RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Finale im DFB-Pokal in jeder Saison. Eines der absoluten Highlights. Jetzt wird mal wieder deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Und wir sind natürlich gespannt, wer sich durchsetzen wird in diesem Endspiel. Und Jan, es ist ja völlig klar, auf wen heute alle gucken werden. Wie ist da so Deinaut? Es ist natürlich jemand, bei dem jeder Abwehr weiß, da müssen wir so sehr aufpassen. Denn sonst klingelt es gleich. Diese natürliche Coolness, gepaart mit dieser wahnsinnigen Abschlussqualität, auch was die Technik angeht, das sieht man nicht häufig. Dann schauen wir mal auf die Ausstellung. RB Leipzig, der Torhüter ist Peter Gulacci. Benjamin Henrichs spielt mit David Raum in der Abwehr. Amadou Haidara steht mit Nikolas Seiwald auf den zentralen Positionen. Und vorne drin ein Duo. Gucken wir mal kurz aufs Personal bei den Frankfurtern. Im Tor Kevin Trapp. Mario Götze steht mit Elias Schkiri im zentralen Mittelfeld. Und im Angriff spielt Hugo Ikitike. So, Anstoß für die Leipziger. Auf geht's. X8 Aidara Benjamin Henrichs. Sehr gut gemacht, war alles weg. Elias Schkiri Haidara Seilwald Oma Mamush Nilsen Kunku Und das ist Absatz Und für mich in erster Linie Das Timing des Passgebers Hätte der noch einen Tick gewartet Der ist kein Absatz Dani Olmo Ne, er gibt Leipzig die Kugel ab Nilsen Kunku Spiri Mamush Sehen wir die dröbelstarken sind Oma Mamush Und da holt er den Ball Mit diesem Tackling Viele Optionen da Kann ich es aussuchen Wo spiele ich hin Wo spiele ich hin Boah Er wird Echte Decke gehen da her Den muss er erst mal halten Und da können sie klären Nach der Ecke Da wird Raum Der Henricks Ihre Chance Jetzt auf den Führer So, perfekt ist der Ball Auswassergefahren zu Spielen nochmal nach vorne Was geht jetzt Spielen sie sich nochmal Eine Chance raus Mit vollem Druck auf den Ball Gutes Tackling Parade immer noch gefährlich Und da ist er Jetzt ist er drin Er eröffnet also Dieses Finale Schauen wir uns das Tor nochmal Spielt den Rückpass Und dann fällt das Tor Aus kurzer Distanz Gibt es am Ende Nix zu halten Und weiter geht's 1 zu 0 steht es hier Der Eintracht gibt hier den Ball ab Benjamin Henrichs Drei Wald Ziehen jetzt hier wirklich gutes Offensivspiel auf Und der Anschluss Der Knatze pariert Direkt die nächste Ecke jetzt Ecke in die Mitte geschlagen Immer noch gefährlich Und dann Dukeba Ja das ist stark Wenn du im Strafraum so hingehst Sehr gut Jetzt ein bisschen Platz Die Flanke vielleicht Ja gut aufgebaut Bis hierhin Bringen Sie es jetzt zu Ende Ja so musst du es verteidigen Lange Ecke kommt hier die Mitte Die Ecke bringt am Ende nix Abwehr aufgebaut Die Ecke geht hier vorbei Ganz geduldig Schauen Eigentlich erstmal sehr passsicher aus Dann Geben sie den Ball doch ab Da dürfen sie den Ball eigentlich nicht verlieren Jetzt nach hinten umschalten Geze Mario Geze Schauen wir mal Was wird aus diesem Ball Geblockt Javi Amadu Haidara Das war sehr gut angeboten Da gibt es genug Und dann doch der Ballverlust Obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht aussah Ja lässt sich dann nicht aufhalten Jetzt schauen Sie mal was durch die Mitte Da müssen Sie dranbleiben noch nicht gut geklärt Und da haben sie den Ball So Ja der Ball ist ja Wahnlos Keine Probleme den zu halten Javi Fares Javi E-Ki-Ti-Ki Futter verlieren ja den Ball Das sind einfach gute Laufhäge Immer jemand frei Daniel Olmo Johannes Scherzko Versucht sie aber Das war knapp Das war knapp Das war knapp 0 Mario Geze Christensen Jetzt Götze Putrar Götze Götze Kiritse Götze Biri, sehr schön, wie sie das hier spielt. Geduldig, also sicher, super. Für die Leipziger. Schavi. Auch wenn da. Sehr gut den Raum zu. Nilsen Kunku. Mamouche. Ball gewonnen. Gut geholt. Der sieht nicht ungefährlich aus. Auf den Ball fällt er hier. Ehrlich gesagt. Mario Götze. Das muss Christensen. Fares Chaibi. Ja, die haben sie gut abgefangen. Amadou Aybara. Nur ist auch Penn da. Das ist ein guter Block. Also lange haben wir gar nicht mehr. In dieser ersten Halbzeit. Die ging ergebnis technisch an RB Leipzig. Liegen knapp in Führung. Sie sind einfach bisher auf diesen einen Schritt schneller. Haben die besseren Ideen. Und so erklärt sich dann auch dieser Spielstand von 1-0 aus ihrer Sicht. Aber klar, das ist noch nicht. Oh, hartes Tackling. Vielleicht sogar rotwürdig. Und der Platzverweis. Klar, das reißt eine Lücke in der Defensive. Ja, das können wir ja nicht so lassen. Die müssen wahrscheinlich Wehen aus der Offensive opfern. Würde ich auch sagen. Der muss gewechselt werden. Auf der Bank wird auch schon diskutiert. Die werden definitiv umstehen. Freistoß kommt in den Strafraum. Ja, Flanke nicht verkehrt. Aber sie stehen da einfach sehr gut. Sicher pariert. Cooles Ding. Kurze Ecke. Es freit sich aus dem Druck. Schöner Pass nach hinten. Noso Penda. Und da ist Almo. Der Alten, aber der ist noch gefährlich. Der Hendricks. Oh, Almo. Macht er das Ding jetzt. Der erste Paraderin auf Gefahr. Und da ist das Tor. Sie sind zwei in Front. Der Traum vom Titel ist jetzt ganz, ganz nah. Ja, das ist natürlich bitter. Wir sehen es hier in der Wiederholung erst. Das ist die gute Parade. Aber dann ist da eben jemand. Das Ding doch reinzuschieben. Und weiter geht's mit dem Stand von 2 zu 0. Eine Minute wird's hier oben drauf geben. Und dann im eigenen Strafraum. Gutes Stellungsspiel. Auf der letzten Rille. Und jetzt gehen wir in die Pause hier im Olympiastadion. So, die zweiten 45 Minuten. Schauen wir uns an, ob die Eintracht hier reinfindet. Ob sie sich klar steigern kann im Vergleich zur dünnen ersten. Abseits. 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 ieht. Abdfeeding. Sehr starker Ball. Und der Torbakt ist da und pariert diesen Schuss. Das wär sein Doppelpaar gewesen. Parade völlig in Ordnung, Abschluss zu Lala würde ich sagen, da kann er eigentlich mehr draus machen. Und er bringt die Ecke rein. Den Ball hat der Torwart, natürlich sicher. Nielsen Kunku. Mamouche. Nielsen Kunku. Und das ist ein Ballgewinn, super. Da ist er echt schwer vom Ball zu trennen, macht er gut. Das muss Christensen. Skiri. Und jetzt Skiri. Ne, der Ball kommt nicht an. Ja, das sind diverse Optionen. Er kann es sich aussuchen, wo er im Spiel steht. Ja, das hätte was werden können. Nicht die richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt muss es schnell gehen. Der Ballverlust, obwohl der Konter erst ganz ordentlich ist. Und es wäre richtig gefährlich geworden. Aber er steht da ideal. Benjaminczesko. Vielleicht der Ball in die Mitte. Die Fans wollen endlich den Abschluss sehen. Ein interessanter Ball. Wir halten den Eckball. So, und jetzt die Ecke. Ne, aus dem Eckball wird nichts. Aber wer ist da? Jetzt spielen sie es durch die Mitte. Henrichs. Kann er den jetzt reinmachen? Trifft schon wieder. Nummer zwei in dem Spiel. Doppelpack ist perfekt. Da ist das Tor noch mal in der Wiederholung. Und aus der Distanz lässt man sich diese Chance natürlich nicht entgehen. Ja, Leipzig hat hier alles im Griff. Klare Führung. Drei Tore. Die deutlich bessere Mannschaft. Ja, richtig entschieden. Freistoß für Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt wird das Personal noch mal getauscht. Die Nummer elf. LTTG. Neu der Neu. Die Nummer neu. Matanovic. Super Übersicht. Stark vom Torwart. Unter Druck. Gefischt das Ding. David Raum. Die Chance wäre da. Drücken sie jetzt voll aus Tempo. So, Ball erstmal rausgespielt. Einwurf. Raum. Das ist die Notbremse. Sieht zumindest so aus. Dann wäre es die rote Karte. Das ist die Notbremse. Sieht zumindest so aus. Dann wäre es die rote Karte. So, klare Sache. Eine Notbremse. Klare Torchance wäre es sonst gewesen. Und damit ist ja klar, was kommt der Platz vorbei ist. Muss man, finde ich auch, genauso gweifen. Überhaupt keine Frage. Richtig guter Freistoß, Jan. Richtig gut. Super knappe Geschichte. Es fehlen letztendlich ein paar Zentimeter. Also frisches Personal. Jetzt bei RB Leipzig. rausgespielt zum einwurf das muss christensen Fares Czaiby. Fötter verlieren ja den Ball. Xavi. Er hat jetzt mehrere Optionen, wo er hinspielen kann. Spiri. Und jetzt ist er durch. Schauen wir zum Tor. Ja, da ist das Tor. Für Wiederholung sehen wir zunächst diesen großartigen Steifers. Und dann ist da eigentlich kaum Platz, aber auf engstem Raum. Diese Aktion, wunderbar. Tolles Tor. 3 zu 1. Relativ einseitiges Spiel. Mal gucken, ob es so weitergeht. Götze. Das muss Christensen. Mario Götze. Christensen. Javi. Ja, Ball gut gehalten. Elies Skiri. Ja, sehr hohe Passicherheit haben sie jetzt hier am Ball. Ja, und jetzt ist der Ball weg, nachdem sie eine Zeit lang haben wir auch den Wasser. David Aum. Das ist eine Chance. Die Fans wollen den Abschluss sehen. Warum machen sie fast das Tor? Noch 20 Minuten, dann sind wir am Ende der regulären Spielzeit. Javi Götze Nielsen Kunku Und jetzt vielleicht die Flanke Der Gutsche ist dabei, hat kaum Platz Und jetzt ist er drin, aber die Fahne geht hoch Eine Sache von Zentimetern und wie bitter, dass das Abseits ist Der Helios Skiri Hendricks Nur der Ball für die Idee Hendricks Der ist aus der Gefahrenzone Cooler Gefahrenschlag Der Griff von RB Leipzig Jetzt Richtung Tor Dann Javi Da kommt der gerade noch an Super Ballgewinn Vielleicht wird es jetzt gefährlich Ja, der hat alle Mut Weil sich immer ein Kollege freiläuft Was ne Gelegenheit, der Openda Der Ball ist immer noch heiß Das ist ne starke Parade Starker Zweikampf in der Box Gut gelöst Schön in den freien Raum Mit ganz viel Auge Und jetzt der Eintracht am Ball Und jetzt der Eintracht am Ball Aber die waren da schon weg Und jetzt Hier vor ein Tor Steh und dieses Neppass Erst der Doppelpass Dann aus der Hand ist ganz klasse gemacht Ist nichts zu halten Der Schuss Zu viel Schmack ist mit zu viel Präzision Neuer Spielstand Drei zu zwei Alles offen in diesem Spiel Nikolas Seywald Das ist so Penda Jetzt machen sie vielleicht auch das Plan Er ist die Parade aber immer noch gefahren Ja, das ist gut abgewehrt Alles weg Nilsson Kunku Fünf Minuten bleiben noch In dieser engen Partie Blashorn Absolute Schlussphase Aber Frankfurt macht Und vielleicht haben sie da mal Schauwatt im Ausgleich Wir gehen rein in die absolute Schlussphase Und RB Leipzig Immer noch knapp in Front Drei zu zwei Heißt es im Augenblick aus ihrer Sicht Das ist eine ohne Kiste Aber wenn sie ihre Spielweise bleiben Dann würde ich schon sagen Die holen sich den Sieg Denn sie sind ja oft diesen einen Schritt schneller Sie sind aktiver Und sie können sich für ihre gute Leistung heute belohnen Guter Pass Das könnte was werden Perfekt verteidigt Er hat jetzt mehrere Aktionen wo er hinspielen kann Er hat jetzt mehrere Aktionen wo er hinspielen kann Das ist gut geklärt Immer noch heiß Und so musst du da reingehen Schön körperlich robust Sie haben bisher Platz Sie haben bisher Zeit zum Konkert Der Beaufbau ist immer noch nicht gut vermiert Nicht nur das Tor aber eine gute Chance Könnt das gewählt sein so zu spielen? Schmizo würde ich sagen zu 100% müssen sie weiter auf genau solche Umschaltmomente setzen Denn sie können es Und sie haben das Tempo Hoher Stahlpass gefährlich Und jetzt haben sie es Glückwunsch Sie haben sich den Pott geholt Was für ein Moment ja Für dieses Team Trainer Die Fans Ein Stadion explodiert Ein Moment für die Ewigkeit Für den gesamten Klub Und was für ein fantastischer Erfolg Und so verdient Macht richtig Spaß Diesem Team zuzuschauen Glückwunsch So Jan und da machen wir uns bereit Für den großen Moment Dafür machst du es ja Um dieses Ding jetzt auch wegzustellen zu gehen Sie sind so viel gelaufen in diesem Endspiel Und jetzt noch ein paar Schritte dahin wo sie hinwollten Aufs Podium Das ist jetzt Chefsache Jetzt kommt der Kapitän Und das ist ihr Moment Hier muss ich das anführen Ich erwarte